Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Battle Session Pacific mit der neuen Remastered Mode 1.0. Ich bin Exekutor der letzten Mission und habe erfolgreich die Schlacht um Santa Cruz geschlagen und mache nun weiter mit der Schlacht von Cape Aspirants. So, versteckt ist hier, dass kein weißes geschifftes Gebiet verlässt. Okay, gucken wir mal, New Orleans. Was haben wir denn da? Brooklyn. New Orleans ist ein schwerer Kreuz. Wenn wir die dunklen hochleveln. To Baltimore. Französischer Kreuz. Das finde ich das lustige, ja. Nehmen wir hier mal den Franzosenkreuzer, hier. Was können wir hier nehmen? Summer, Fletcher. Ah, das sind sojettische Schiffe. Ich nehme hier wirklich mal den französischen Kreuzer als Bonus-Einheit. Gucken wir mal. Wie, was sind oben? Na, ganz toll. Richtiges Sauwetter. Also. USS Helena und Duncan setzen ein paar Tropidos ab. Helena, Manöver abbrechen. Bleiben Sie in der Formation. Ich wiederhole. Bleiben Sie in der Formation. Das haben Sie nicht gehört, Sir. Die Verbindung ist gestört. Verdammt. Helena und Duncan stehen unter schwerem Beschuss. Wir haben hier ein echtes Problem. Sir, Funkgerät ist wieder einsatzbereit. Wir dürfen die Japaner nicht durchlassen. Unser Brückenkopf auf Guadalcanal steht auf dem Spiel. Wir müssen sie aufhalten. So. Helena, weichen Sie aus und halten Sie durch. Wir kommen. Die Helena gibt es hier ja gar nicht. Na, ganz toll. So. 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 Get thirds, dass wir die Waldseiten einsetzen können. Ach wie süß, ein Zerstörer versucht meine Panzer zu brechen, aber nicht schlecht. Na, da haben wir aber glaube ich ein gutes Schiff geholt. Ahem. Hm. Ach, das ist nicht so. Achtung. Ach, das ist nicht so. Ach, das ist nicht so. Ach, das ist nicht so. So, da kommt man hier nicht durch die Panzerung durch. Das war's. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es weitergeht. Dann setzt sie wieder entstand, die Geschütze. Gute Arbeit, Männer. Nicht vergessen, Lieutenant, behalten Sie unbedingt den Status Ihrer Schiffe im Auge. Nein. Verdammt, Sir. Zwei japanische Schiffe nähern sich. Beides Kreuze der Takao-Klasse. Wir kümmern uns um Sie sobald wir können. Sie müssen nur warten, bis Sie dran sind. Aber bis dahin machen Sie uns platt. Wir müssen Sie sofort versenken. Wollen Sie mir Vorschriften machen, First Lieutenant? Nein, Sir. Ich denke nur, dass diese Schiffe gefährlich sind. Machen Sie Ihren Job, ich mache meinen. Diese Marines sind nicht zu beneiden. Sobald das Flugfeld wieder flott ist, fliegen die Japaner den nächsten Angriff. Aber das werden wir ändern. Heute Nacht schlagen wir zurück. So, jetzt bilden wir erstmal eine klassische Keylinie. Da haben wir genug Top-Headers für Luke 6. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da ist richtig ausgemischen. Besser erstmal auf einen konzentrieren. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So, drauf. Hier, komm, der müsste doch jetzt treffen. Jawohl, ein Tapiebetreffer. So, drauf. So, drauf. So, drauf. Das war's. Das feindliche Schiff läuft ab, Sir. Das war's. Sehr gut. Feindliche Versorgungsschiffe nähern sich angeblich den Nachbarinseln, Sir. Das müssen wir überprüfen und uns dann darauf vorbereiten, sie anzugreifen, und zwar schnell. Schnell? Wir schuften schon ewig wie die Wahnsinnigen. Und das hört auch erst auf, wenn Japan einsieht, dass es den Krieg im Pazifik verloren hat. Sir, ich denke nur an die Männer unter ihrem Kommando. Lassen Sie die mal meine Sorge sein. Ist das klar, First Lieutenant? Sir, jawohl, Sir. Eines unserer Schiffe geht unter, Sir. Schicken Sie ein Schiff hin, um die Überlebenden rauszufischen. Sir, wir haben die feindlichen Versorgungsschiffe als Tanker identifiziert. Treibstoffnachschub für die japanischen Streitkräfte auf Guadal-Kanal. Sie werden von schnellen PT-Booten eskortiert. Sorgten Sie dafür, dass die Tanker die Insel nicht erreichen. Sir, wir haben ein feindliches Schiff ausgemacht. Sie geht unter. Sir, das Radar zeigt eine kleine Anzahl nicht identifizierter Einheiten im Süden an. Vielleicht versuchen die Japaner, ein Konvoi durchzuschmuggeln. Aufspüren und zerstören. So. Wir haben ein feindliches Schiff neutralisiert. Sir, wir haben den Großteil der Besatzung aus dem sinkenden Schiff gerettet. So. Die schicken wir in den Süden. Die hier ebenfalls. Let's... Ähm... So. Das war's für heute. So, jetzt geben wir uns mal kurz der... So, na die Kreuzer auf San Francisco. So, der Zerstörer. Sie geben's dem Zerstörer auf jeden Fall. So. 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 Now we'll have it. So. See you guys. Vielen Dank.